Angefangen hat es an einem ganz normalen Tag. Alles, an was wir glaubten, war plötzlich verschwunden. Diejenigen, die Glück hatten, waren sofort tot. Und als das ganze Land zusammenbrach, teilten wir uns in Gangs auf. Gamblers. Sheets. Plowboys. Cherries. Nailers. Und uns. Die Domestiks. Willst du das echt durchziehen? Ja, wahrscheinlich ist das die dümmste Idee aller Zeiten. Ein platter Reifen und ihr seid tot. Das Milwaukee ist eben over. Okay. Ich will dir nur sagen, dass wir unterwegs sind. Wir brechen auf und durchqueren auf unserer 200 Meilen langen Fahrt die Terrifierien von acht Gangs. Straßen werden zu gefährlich. Du musst uns da drinnen übernachten. Bist du, wir sind hier sicher? Finden wir es raus. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Keine Bewegung. Alles, was ich will, ist dir die Handschelle. Scheiße, los! Meine Frau und ich würden uns freuen, wenn ihr zum Essen kommen würdet. Was? Also, spätes Mittagessen. Die guten Menschen haben nicht überlebt, wir schon. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020